Wieder. Als erstes möchten wir uns ganz herzlich bei euch entschuldigen, weil wir in letzter Zeit die Fokus Beauty Corner vernachlässigt haben. Das möchten wir heute nachholen. Ich habe mir heute was ganz tolles ausgedacht. Ein Trend aus Japan. Darauf schwören alle Japaner. Deswegen haben die auch so eine tolle Haut. Ich habe auch eine gute Haut und deswegen möchte ich mal sehen, ob die heute noch besser werden kann. Ich habe hier pures Eiweiß. Einfach das Eiweiß vom Eiweiß trennen, auf die Haut auftragen und das Ganze 10 bis 20 Minuten einwirken lassen. Ich mache das jetzt mal. Geht ganz gut. Sieht sich auch sehr angenehm auf der Haut an. Also ein Eiweiß reicht da auch. So, wir lassen das Ganze jetzt mal 10 bis 20 Minuten drauf und dann schauen wir uns das Ergebnis gleich mal an. Liebe Mitglieder, ich habe jetzt die Maske abgewaschen und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Meine Haut sieht ganz hervorragend aus. Die Augenringe sind weg. Ich sehe viel frischer aus. Und ich kann euch sagen, in 10 Minuten kann man zwei Piccolos leermachen. Probiert es auch mal auf. Aus euer Potoko Kekama Colona Krankowski.